Liebe Oberte Seil, sehr geehrter Herr Minister, Sie haben gerade angesprochen, dass eigentlich das Problem schon länger bekannt war. Ich zitiere mal aus der Zeitung, schlechte Bezahlung, unwürdige Unterkünfte, Erniedrigung und Erpressung, was sich in Schlachthöfen abspielt, ist für viele Kritiker mehr als Ausbeutung. Die Rede ist zum Menschenhandel und organisierter Kriminalität. Man weint, das wäre jetzt gestern oder vorgestern in der Zeitung gestanden. Das ist vom 23. Juni 2013. Damals habe ich eine Rede gehalten dazu, deswegen habe ich mich auch jetzt zu einer Bemerkung und zu einer Frage gemeldet. Und ich habe damals eine Antrag an die Bundesregierung gestellt, da habe ich eine Antwort. Sie haben damals nicht regiert, sondern das war die FDP und der Koalitionspartner, den Sie jetzt haben. Und dieser Koalitionspartner hat mir in Form des Arbeitsministeriums dann geantwortet, nachdem ich das angesprochen habe, nachdem das alles bekannt war, vor sieben Jahren, die Bundesregierung sieht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Bedarf, den Abschluss von Werkverträgen stärker zu regulieren. Unternehmen steht es im Rahmen der geltenden Gesetze grundsätzlich frei, zu entscheiden, ob sie Tätigkeiten durch eigene Arbeitnehmer ausführen lassen oder Dritte im Rahmen von Werkverträgen beauftragen. Das war die Antwort Ihres jetzigen Koalitionspartners. Sind Sie mit mir der Auffassung, Kollege Heil, dass wenn Ihr jetziger Koalitionspartner und die FDP, die damals mitregiert hat und jetzt teilweise eine große Lippe riskiert, wenn die damals schon gehandelt hätten, wenn die damals schon so weit gewesen wären wie Sie heute und Herr Laumann heute, Gott sei Dank, dass Sie das Werksvertragsunwesen einschränken wollen, sind Sie mit mir der Auffassung, dass dann das, was jetzt in der Fleischindustrie passiert, nicht mehr hätte passieren können, wenn man das früher geregelt hätte? Und sind Sie mit mir der Auffassung, dass wir jetzt wirklich alles tun müssen, denn die sind ja alle noch am Werke, die Verschlechterer von Gesetzentwürfen, dass wir jetzt alles tun müssen, dass wir all diejenigen, die jetzt die alten Verhältnisse manifestieren wollen, übrigens nicht an der Fleischindustrie, auch bei den Werften, zum Beispiel bei der Meierwerft in Leerbhabenburg, dass man denen jetzt wirklich die Fesseln anlegen muss, dass sie nicht wirklich wieder ein Gesetz verhindern, das sinnvoll und notwendig ist. Lieber Kollege Ernst, angesichts der Katastrophe, und ich sage Katastrophe, die wir gerade erleben, die der Kollege Laumann geschrieben hat, dass aus einem System der organisierten Verantwortungslosigkeit zur Ausbeutung von Menschen inzwischen sogar ein allgemeines Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung geworden ist, und der Tatsache, dass ganze Landkreise wieder in den Lockdown mussten, weil sich welche nicht an die Regeln halten, widerstehe ich in diesem Zusammenhang mal der kleinkarierten Betrachtung, wer mal wo was gesehen hat. Ich kann nur allgemein feststellen, dass es leider Gottes manchmal Katastrophenbedarf, dass Menschen dazulernen. Das war zum Beispiel beim Atomausstieg bei einigen, so, die früher was anderes gesehen haben. Wichtig ist, dass dieses Parlament jetzt gemeinschaftlich handelt, und dafür stehe ich in der Verantwortung heute. Nicht 2013, es muss jetzt gehandelt werden, das müssen wir gemeinsam machen. Und lieber Klaus Ernst, parteipolitische Auseinandersetzungen sind wichtig in diesem Parlament. Aber Verantwortung ist jetzt zu übernehmen. Ich habe vorhin von der Verantwortung der Unternehmer gesprochen. Die sind in allererster Linie in Verantwortung. Die Verantwortung der Länder, und zwar egal, wie sie regiert sind, schwarz, rot, grün. Ich gucke mal nach Baden-Württemberg, daher wünsche ich mir auch schärfere Arbeitsschutzkontrollen. Das, was die Kollegin Mast in Pforzheim erlebt hat, ist nicht in Ordnung. Das war weit vortürdig ist übrigens. Alle müssen sich ans Porte-Peper fassen, und wir müssen dafür sorgen, dass der Arbeitsschutz in jedem Bundesland scharf kontrolliert wird. Ob rot-rot-grün, ob rot-schwarz, was auch immer. Da muss jede Landesregierung ran, und das werden wir Personen des Gesetzes festlegen. Zweitens. Ich werde mich nicht davon abbringen lassen, im Kernbereich des Schlachtens und Zerlegens in der Fleischindustrie die Werksverträge und die Zeitarbeit, die Leiharbeit zu verbieten, ohne Wenn und Aber. Und meine Bitte an dieses Parlament ist, ich werde im Juli dafür den Gesetzentwurf vorlegen, und wir werden auf Basis der Eckpunkte das im Kabinett beschließen. Die Frage, wann das in Kraft tritt, liegt auch dann in der Verantwortung dieses Parlaments. Je schneller, desto besser. Aber meine Bitte ist dann tatsächlich, sich auf der Strecke eines parlamentarischen Verfahrens nicht von irgendwelchen Lobbyisten, die viel Geld für Rechtsgutachten aufwenden werden, die viel Geld für Kampagnen auflösen werden, die großartig, ich sage Ihnen mal was an dieser Stelle, Sie sind doch ein Lobbyist dieser Branche, das haben wir doch hier im Parlament gelehrt, da sollten Sie sich mal ganz zurückhalten. Ich will das mal an dieser Stelle sagen, jeder kehre vor seiner eigenen Haustür an dieser Stelle. Ich bin Bundesminister für Arbeit und Soziales, und ich bin entschlossen, meine Amtsverantwortung für die arbeitenden Menschen, und zwar egal, wo sie geboren sind, wo sie herkommen, gerecht zu werden. Es ist nämlich tatsächlich eine Schande, dass Menschen aus Mittel- und Osteuropa, aus Bulgarien und Rumänien, in dieser reichen Gesellschaft ausgebeutet werden. Und das werden wir beenden an dieser Stelle. Und das Dritte ist, das will ich Ihnen auch sagen, dieses Verhalten hat außenpolitischen Schaden angerichtet. Ich werde im August nach Rumänien fahren. Bei mich, die Arbeitsministerin aus Rumänien gebeten hat, sie ist hergekommen, sie ist mit dem Auto von Bukarest nach Berlin gefahren. Und das ist ein großes innenpolitisches Thema. Ich sage noch einmal, egal wo Menschen herkommen, die bei uns arbeiten, sie haben die gleichen Rechte, übrigens auch den gleichen Lohn verdient und vor allem den gleichen Gesundheitsschutz. Das ist keine Frage der Nationalität, das ist eine Frage des Anstands. Und dafür interessieren Sie sich gar nicht, das wissen wir doch. Deshalb, Kollege Laumann, wir wollen das gemeinsam machen. Wir stehen alle in der Verantwortung. Die Bundesregierung wird beschließen, diesen Gesetzentwurf. Dazu gehört übrigens auch, dass die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, anderen übrigens auch, egal wo sie herkommen, um ihre Rechte wissen. Deshalb hat dieser Deutsche Bundestag mit dem Entsendegesetz die faire Mobilität, die Beratung für Menschen aus Mittel- und Osteuropa gesetzgeberisch verankert und aufgestockt und heute mit dem Nachtragshaushalt und gestern der Haushaltsausschuss nochmal aufgestockt. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass Menschen im Zweifelsfall auch in ihrer Muttersprache wissen, welche Rechte sie haben, wenn sie hier bei uns arbeiten. Wir werden in diesem Bereich aufräumen, das habe ich vorhin gesagt. Dazu sind wir entschlossen. Ich bitte dieses Parlament um Unterstützung. Ich bitte auch den Bundesrat um Unterstützung. Wir beide, Herr Kollege Laumann, kommen aus Bundesländern, ich aus Niedersachsen, Sie aus Nordrhein-Westfalen, in denen es Fleischstandorte größeren Umfangs gibt. Das Land soll auch Fleischstandort bleiben, aber zukünftig zu anständigen Arbeitsbedingungen, zu anständigen Löhnen, mit Kontrollen in den Unterkünften, mit Standards in den Unterkünften, mit digitaler Arbeitszeiterfassung und mit anständigen Arbeitsverträgen ohne Subunternehmertum. Dafür werden wir sorgen. Herzlichen Dank.